Heute sind wir hier auf dem Vorplatz des Einkaufszentrum Dudenhof, Norddeutschlands größtes Shoppingcenter. Einkaufen verändert sich. Das Unternehmen möchte gerne auf diesem Vorplatz etwas mehr für Unterhaltung tun. Ein Kleinkino, Gastronomie. Die Landesraumordnung sieht es anders. Ein Unternehmen, was hier gewachsen ist, mit einer langen Familientradition, darf sich nicht entwickeln. Das finden wir schade, dafür setze ich mich weiterhin ein. Für Ihre Wahl am 26.04. Rainer Sterner.